Ah, yeah. Okay, ein paar Tage haben wir. Der Welt am Leiden, virale Infektion, unzählige Schicksale, schaurige Tendenzen, Perspektivlosigkeit, traurige Existenzen. Klar, die meisten nervt so ein Tatsachenbericht. Ich wär auch gern nicht so ernst, aber grad lachen wir nicht. Schau's dir an, Trump war Präsident, im Meer treibt noch ein Plastikberg, groß wie ein ganzer Kontinent. Zu wenig haben, viel zu viel, zu viele Ackern für ein paar Cent. Und hier bei uns, die AfD im Parlament. Interessant, was doch passiert, Operation Lockdown. Klar, was, wenn Angst regiert, die Menschen kaum noch vertrauen. Für viele Grund genug, amtlich zu resignieren. Aber ey, wir wären nicht wir, würden wir diesen Kampf nicht führen. Drehen den Sound auf und es funkelt tight und tragen weiter unsere Fackeln durch die Dunkelheit. Yeah, Survival of the fittest ist die Mission. Schritt für Schritt dokumentiert, high definition. Und wenn's irgendwo auf der Straße funky boomt und scheppert, dann haben wir uns wohl gerade frisch mit Ruhm bekleckert. Und du konntest bezeugen, wie krass dieser Junge ruft und weißt diese nicht zu stoppen, wenn der Asphaltdschungel ruft. Alright.